Willkommen zu einem brandenden Video auf meinem Kanal Ich zog heute mal 8x1 Bad Wars auf dem Rewe-Tower Und ja, ihr seht es schon, ich hab ein neues Texture-Pack Ja, und das ist das GP Specs Edit Also es ist einfach nur Specs überarbeitet Und ich finde halt einfach das Fadenkreuz, das so übel Sneaker in dem Pack Und ja, deswegen... Ja, ihr könnt doch mal euer Feedback dazu in den Kommentaren da lassen Ich höre ja immer so, wie viele meiner Zuschauer sind GP-Fans Und ja, deswegen dachte ich mir, ja, da hau ich mal das GP-Jubik rein Weil ich finde es einfach als abwechslend, es ist halt richtig geil Weil ich hab halt die ganze Zeit mit diesem GG-Pack gespielt So, ihr merkt, ich hab mal wieder kein Thema am Start Ich wollte einfach mal 8x1 spielen Ah ja, da oben ist er Da oben ist er Äh, ich sag da nur schöne Grüße Und ähm, ich hab ihn grad... Ich hab nicht grad einen Full-Equipten mit der Faust getötet Also ja gut, hab ich gesagt Also, wie oft spiele ich im Jahr Badwurst zweimal Und jetzt hab ich schon meinen ersten Kill E is nice Ja, mein... Ich hab eine hunderter Prezi Habt ihr gesehen, also eine tausender Prezi Weil... Äh... Für meine Verhältnisse, wie oft ich Badwurst spiele, komme ich schon ganz schön weit Scheiße, was soll ich machen? Ja, okay, ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Aber ich hab ihn geklatscht Alles klar Also ich fühl mich grad irgendwie voll wie der Boss So oft wie ich im Jahr Badwurst... Oh, der hatte kein Bad mehr Is geil Ich spiel Scheiße Ja, okay, jetzt bin ich tot Jetzt bin ich tot Scheiße, ich hatte kein Bett mehr Och, ich Idiot Okay, dazu würde ich sagen Nice Runde Und ja, ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Dann mit L-Listen weiter Und ja, ihr seht ihr alles immer hübsch spüren Und ciao, ciao Ciao Ciao